Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play EVE Online. Und ja, ich bin gerade dabei, das Ding hier mal so ein bisschen einzurichten. Nein, mit einem Damage Control. Assault, würde ich sagen, ja. So, was kostet der Spaß denn? Oh. Gekauft. Den haben wir schon mal. Ich mache das immer so ein bisschen mit Simulation. Gerne. Radiation Sink habe ich schon zwei gekauft. Was ist das für eine... Der benutzt Panzerung. Hm. Hm. Was ist das? komisch ich würde sagen, das muss hier sein hier falsche Größe, Mittelbraucher wahrscheinlich ja also einmal für Drohne hatte ich gedacht und einmal für die Panzerung Panzerung Medium, Mittel und das hier nee, nicht Projektilwaffen äh gab es nicht auch was ach hier, Energiewaffen war das glaube ich, ne meine Energiewaffen gibt es da gar nichts für was ich jetzt gar nicht mehr nee, das brauchen wir nicht machen wir erst mal Panzerung also was nehmen wir denn da mal was ist hier was ist hier was ist hier 18 Millionen hm war nicht mehr so viel Kohle muss jetzt wieder eine Liefertour machen so das also das für die Panzerung vielleicht zwei für die Panzerung beeinflusst die sich gegenseitig ja dann nehmen wir nur eine vielleicht noch was für die Drohnen was haben wir hier noch mittlere äh nee was sind jetzt da Drohnen bitte und zwar Damage dann ist er aber auch ganz ausgereizt das haben wir ähm hier kommt natürlich die Waffe rein die Heavy die haben wir ja die nehme ich aus der anderen aus der Leschak die haben wir benutzen mit da würde ich was habe ich denn immer genommen ähm die Trion 120 20 tja nehmen wir die war ja nehmen wir das das kann ich so nee quatsch so jetzt das haben wir jetzt diese zwei entropischen dinge disintegrator das war hier das 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 ist das nicht wo ich die zing nee dort da da ist das also da habe ich schon zwei von da habe ich zwei von gekauft so und dann hatten sie gerade noch was was ich entdeckt hatte da muss ich das aber hier mal ausmachen die 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 das sie ist anders komisch ich weiß nicht mehr was es war das hat auch das hat die dinge hier beeinflusst da war das hier kann auch hier gewesen sein ich ich finde es nicht mehr das war spontan hatte ich das gefunden muss ich da nochmal schauen dann machen wir es mal weiter mit nochmal den sachen hier und zwar ob wir was für die panzerung finden fernreparatur nicht das und da rum von panzerung panzerung panzerungshärte die ist auch schon gut gepanzert ne multispektrum ach da kommt die hin die spektrum das war mal hierhin so ich bin ein bisschen ruhig tut mir leid aber ich muss mich ein bisschen konzentrieren weil ich habe das noch nicht so oft gemacht und will ja auch nicht unbedingt was falsch machen ich gehe aber hier schon mal den hakei und den dings da sich schon mal was ich habe finde ich jetzt noch einkaufen gehen wir haben ja nicht mehr viel aber das ging kinetisch das ist für den rumpf ach was ich noch haben wollte genau dieses hier das war das andere da gehen da brauchen wir noch fünf sekunden dem brauchen wir dann nur noch 7 das hatte der eine gesagt struktur leichter machen wo war denn das struktur das war hier irgendwo das glaube ich ja genau 4,9 5 ich glaube wir machen das mal man kann das ja immer noch ändern warum ich das so gründlich mache ist ich möchte mit dem ding in den ich möchte nach pochwen ich möchte in den triglavian raum oder in die region und ich möchte zumindest vernünftig die sachen ausgesundern auch wenn das ding anschließend hin ist aber ich möchte halt nicht einfach so blind jetzt da rein fliegen und ich vielleicht ist das ja was was ich mir über was was vernünftiges was ich mir überlegt habe so jetzt gehen wir nochmal hier hin und gucken nochmal ob wir da was für die panzerung finden rumpfreparatur der repariert die panzerung oder wie kann man doch groß nehmen ich hätte wahrscheinlich 120 oder 180 oder so der 120 ähm was noch wir gehen nochmal hier hin ähm launcher scan ausrüstung nee dronenupdates was war das nochmal ah ja kontrollreichweite nö das brauchen wir nicht ach geht's da fällen noch zwei sachen ein und zwar einmal äh wo war denn das dieses Nosferatu und das andere da dieses hier und das ist ein kleiner der hier irgendwie neutralisiere und der hier mittelgroß der hier könnten wir da auch einen großen reinbauen gibt's das nee hm ach der ich weiß ja warum das hier so hoch ist schon ja da fehlt mir noch der skill ganz das fünf tage brauche ich noch dann kann ich wirklich mit dem dinge herumfliegen beziehungsweise dann kann ich das mit anstellen was ich will also wir haben das und das und das jetzt was machen wir da noch rein äh ich mach jetzt hier einfach mal was mit schäden noch nehmen das nochmal hier es ist zwar steht zweimal da unüblich aber der Schutz ist Schutz würde ich sagen da passt das Stromnetz nicht mehr medium das passt noch hm die spektrum hat ach so ja das ist ja nur für das schild ja klo genau klo alles klo wir machen das mal so ich mach das einfach mal so schildresistenzen schade da gibt es kein multispektrum schildaufladegeräte aber da zu wenig cpu für dann machen wir das das lassen wir so ähm vielleicht noch ein triebwerk oder so schissantrieb da mikrosprungfeld ich sag ich noch war das der wo man 100 meter weiterhüpft kann man kann ich gar nicht verwenden obwohl wir sind ja nicht im hochsicherheitsraum 20 sprungdistanz hunderten kilometer das ist doch das was ich haben möchte ja ochh schade Jadé! Das ist verfordert. Nachbrenner. Naja, wir müssen ja nicht auf Gedanke Verderb heute alles besorgen, aber... So, hiervon baue ich ein. Gucken wir mal, Marktdetails. Der kostet eine halbe Million. Das können wir uns noch leisten. Den haben wir. So, die Nanostruktur. Ähm, die ist auch recht günstig. Die kaufen wir auch gleich hier, auch wenn das etwas teurer ist. Ähm... Das Dings habe ich schon. Das kaufen wir nicht nochmal. Das habe ich auch. Ah ne, das ist das Multi-Spektrum-Coating. Das muss ich nur kaufen. Das ist auch recht günstig. Kaufen. Hm... So, das und das und das und das. Die zwei habe ich schon. Das kaufe ich jetzt hier einfach... Na, das kaufe ich jetzt einfach nochmal, weil ich nämlich alle verbaut habe in den anderen Schiffen. Die sind schon wieder teurer, aber... So. Das Teil hier. Puh! Noch so viel. Hm. Ich muss ja eh mein ganzes Kram wieder verkaufen, was ich jetzt gesammelt habe. Da habe ich noch gar nicht drüber erzählt jetzt. So, jetzt haben wir noch vier Millionen. Also das haben wir auch. Das Teil. Den können wir so nicht bezahlen. Den müssen wir vom anderen Schiff nehmen. Den weiß ich nicht. Da gucken wir jetzt nochmal. Aber da habe ich auch nur die Kleinen. Da würde ich gerne dieses... Boah. Hilfe! Was kostet der Spaß hier? Nee. Ich weiß nicht, ob ich große habe. Oder Medium war das hier. Konnten wir ja auch große... Groß hat da glaube ich Schwierigkeiten gehabt dann hier, ne? Wir machen die mal aus. Könnte man auch reinbauen. Äh, nee. Ach nee. Groß gab es ja gar nicht. Quatsch. Das war ja klein jetzt. Nee, gut. Okay, alles klar. Dann habe ich die höchstwahrscheinlich in der Leschac auch schon drin. Hm. Dann mache ich die Simulation jetzt erstmal. Achso, ich könnte ja einmal speichern. Äh. Äh. Ja. Ja. Du hast... was ich jetzt habe. Also erstmal den. Dieses Teil. Das... Das andere kümmere ich mich dann später drum. So. Die Nanostruktur. Den. Den. Das. 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 Die beiden Dinger. So. Dann sind wir schon mal ein Stück weiter. Waffen ziehe ich ja von der anderen ab. Von dem... Von Herr Leschac. Das kommt hier rein. Auch die... Da habe ich ja auch die Munition schon. Da kümmern wir uns jetzt mal nicht drum. Dass ich da auch Schildmodule reingebaut habe. Das ist... Äh. Mache ich jetzt einfach mal so. Hm. Dieses hier war Medium Trimark. Ja. Äh. Würde ich mal sagen. Ich mache hier mal ähm... nochmal ein bisschen Pause wieder. Beende mal die Folge. Ähm. Ich wollte das heute halt einfach mal in Ruhe machen. Und dann... Ähm. Aber auch... Live. Wie gesagt. Im Video. Vielleicht habt ihr noch Ideen. Wie ich das vielleicht besser machen kann. Oder anders. Oder passt das so wie ich das machen will. Wäre das sinnvoll? Sollte ich ein ganz anderes Schiff mit in die... Nach Pochwen nehmen. In die Region. Der... Triglavian. Ist die total verkorkst. Brauche ich da gar nicht hin. Hehehe. Aber ich möchte mir die auf jeden Fall angucken. Ich habe ja diese Filamente schon gekauft. Ähm. Ja gut. Dann würde ich mal sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und... Bis dahin. Eine schöne Zeit. Und... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.